Hallo zusammen, wir vom Porsche Zentrum Zürich machen dieses Jahr für AOZ Schlieren eine Wunschbaumaktion. Darum dürfen wir rund 60 Kinder einen Weihnachtswunsch erfüllen. Mit abgeklappten Sitz und 1'500 Liter Ladefläche ist das im neuen Macan kein Problem. Du kannst auch du nächstes Jahr 60 Geschenke verschenken. Zusätzlich bekommt jedes Kino das Porsche Zürich Monopoly. In diesem Sinne wünschen das Porsche Zentrum Zürich und AOZ Schlieren schöne Weihnachten und freie Festtage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.